Irgendwann, Irgendwelche, Irgendwer, Irgendwie, Irgendwas. Was bedeutet Irgend? Mit dem Wort oder Präfix Irgend werden Personen, Sachen oder Umstände bezeichnet, die unbestimmt sind. Irgend drückt Unbestimmtheit oder sogar eine gewisse Gleichgültigkeit aus. Es ist nicht nur unbekannt, sondern auch relativ egal. Irgendwann werden wir uns ein Haus kaufen. Irgendwann bedeutet, dass der Zeitpunkt unbestimmt ist. Wir wissen es nicht genau, wann. Irgendwie werden wir das schaffen. Wir wissen noch nicht so genau, wie, aber irgendwie schaffen wir das. Kann ich dir irgendwie helfen? Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ich suche meinen Schlüssel. Ich finde ihn nicht, aber ich weiß, dass er irgendwo in der Wohnung ist. Ich kann nicht die ganze Zeit hier rumsitzen und warten, bis irgendwas oder irgendetwas passiert. Übrigens, das Wort Irgendwas ist dasselbe wie Irgendetwas, nur die umgangssprachliche abgekürzte Variante.